Viele Kilos, so viel nahm Peters für Dahmer Rolle ab. Dieses Projekt stellte für Evan Peters, 35, eine große Herausforderung dar. Der US-amerikanische Schauspieler schlüpfte für die erfolgreiche Netflix-Serie Dahmer, Monster, The Jeffrey Dahmer Story in die Rolle des Serienmörders Jeffrey Dahmer. Die Dreharbeiten zu der Geschichte, die auf wahren Begebenheiten beruht, brachte den American-Horror-Story-Star psychisch an seine Grenzen. Aber nicht nur das, Evan machte für die Rolle des Killers auch eine krasse körperliche Wandlung durch. Im Interview mit Fariety erinnerte sich Evan jetzt an die Arbeit an dem Projekt, und dabei erklärte er auch, dass er schon vor den Dreharbeiten für die Rolle rund 7 Kilo abgenommen habe. Um das zu schaffen, habe der Hauptdarsteller auf Kohlenhydrate und Zucker verzichtet. Zusätzlich habe der 35-Jährige am See dann aufgrund der Thematik keinen Hunger mehr gehabt. In der Anfangsphase der Dreharbeiten hatte ich nicht wirklich Appetit, rief er sich in Erinnerung. Nach dem Gewichtsverlust stemmte Evan Gewichte, um der Wandlung seiner Rolle im Laufe der Zeit gerecht zu werden. Dann habe ich für die dritte Folge trainiert, als Dama anfängt zu trainieren. Und für das Ende im Gefängnis etwa 10 Kilo zugenommen, um zu zeigen, wie er damals aussah, beschrieb er den Prozess. Und für das Ende im Gefängnis etwa 10 Kilo zugenommen, um von den Talen und für den Charaktion zu sagen. Vielen Dank.